Ich bin der Herr Middlinz, mache Ausbildung als Industriemechaniker bei der Firma Göttferd. Ich bin Andreas, ich bin 19 Jahre alt, ich mache eine Ausbildung als Industriemechaniker bei der Firma Göttferd. Ich bin in der mechanischen Fertigung, ich bin an der Drehmaschine, an der konventionellen Drehmaschine. Ja, also Spaß macht es mir auf jeden Fall. Ich bin auch jedes Mal aufs Neue überrascht, was für neue Aufträge ich bekomme. Ich bin bei der mechanischen Montage bei Firma Göttferd. Ich mache hauptsächlich Schlossanarbeit, das heißt Bohren, Montieren, Gewinde schneiden, Entgraden, sowas halt.